Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Dieser Ausflug führt uns zum Pauernhof, dem Traktor-Museum nach Sohnsbeck. Der Pauernhof ist Deutschlands größtes Traktoren- und Landtechnikmuseum. In insgesamt 10 Hallen und einer Ausstellungsfläche von ca. 5000 Quadratmetern werden ca. 360 Traktoren gezeigt. Die Freizeitanlage Pauernhof ist ein ca. 4 Hektar großer Park. Der Park ist sehr gut geeignet auch für Familien mit kleineren Kindern. So gibt es unter anderem einen Spielplatz und einen Grillplatz und einige Traktoren dürfen von den Kindern beklettert werden. Eine absolute Besonderheit ist, dass wir die Kurschärfer und Kurschärfer in der 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 Kurschärfer. dass die Besucher auf dem Gelände selbst einen Traktor fahren können. Dazu sind auf dem Gelände einige Straßen extra zu diesem Zweck angelegt worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich persönlich habe die Freizeitanlage Pauernhof schon mehrfach besucht. Gerade an sonnigen Tagen ist ein Besuch besonders empfehlenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017